So, wir starten jetzt mit einem kleinen Warm-up und dafür kreisen wir erstmal schön unsere Schultern. Schön kurze Kreise machen und darfst nochmal die Richtung wechseln. Sehr gut. Und dann darfst du langsam lösen. Wir bleiben hier am Stand, schön das Becken aufgerichtet lassen. Wir kommen auf ein Bein und rollen schön zur Seite oder führen quasi das Knie zur Seite. So schön stabil zu bleiben. Ein bisschen Gleichgewicht mit dabei, Gleichgewichtstraining. Und schön hoch das Knie und schieb zur Seite. Hoch und schön zur Seite kreisen. Noch drei mehr pro Seite. Noch zwei. Eins. Und wir lösen. Wir kommen in den seitlichen Ausfallschritt. Und wir bleiben erstmal hier auf einer Seite und wippen ein wenig. Gehen wir schön die Schultern zurück, Brust raus. Und bleib hier noch für einen Moment. Spür schön die Dehnung hier in der Beininnenseite. Und noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wir wechseln die Seite. Bleib tief erst. Und schön wippen. Wippen. Halt noch durch. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Schieb dich hoch und komm zur anderen Seite. Schön dynamisch. Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Und versuch mittlerweile noch ein bisschen tiefer zu kommen. Halt noch durch. Und die letzten fünf. Schneller. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wir lösen. Schütteln kurz die Beine aus. Wir gehen zum TRX. Und starten mit ein paar Easy Squats. Dafür stellen wir uns ungefähr hüftbreit auf. Üben schön Druck auf die Ferse und Fußaußenkante. Und setzen uns tief, als ob wir uns auf den Stuhl setzen würden. Die Arme strecken wir dabei. Beim Hochgehen ziehen wir die Ellenbogen zum Körper. Und setz dich schön tief. Und komm tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Sehr gut. Halt noch durch. Die letzten zehn Sekunden. Die letzten fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wir bleiben tief. Bleib hier noch. Die letzten zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Komm nach oben. Für die nächste Übung bleiben wir bei den Squats. Dieses Mal nehmen wir die Arme nach oben. Und komm in den Tick. Und nimm die Arme schön hoch. Im Halbkreis sozusagen. Und setz dich wieder schön zurück. Und die letzten zehn. Und wir gehen. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wir lösen. Kurz die Beine und Arme ausschütteln. So, für die nächste Übung dürft ihr euch das Handtuch unter einen Fuß legen. Und das TRX umgreifen. Wir kommen wieder tief in die Hocke. Oder in die Squat besser gesagt. Schieben ein Bein zur Seite. Ziehen uns wieder hoch. Und setz dich schön tief zurück. Und komm nach oben. Schön zur Seite slide. Bleib dabei. Und schön tief kommen. Setz dich zurück mit dem Po. Und die letzten zehn Sekunden. Die letzten fünf. Noch vier. Noch drei. Zwei. Eins. Und komm nach oben. Wechsel die Seite. Setz dich wieder schön tief zurück mit dem Gesäß. Und leide zur Seite. Zieh dich hoch. Und schön tief kommen. Achte darauf, dass deine Schultern immer schön weg sind von den Ohren. Also nicht hier nach oben ziehen und verkrampfen, sondern die Schultern schön tief zurück lassen. Noch zehn mehr. Und noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Einer geht noch. Und wir kommen nach oben. Du darfst das Handtuch zur Seite legen. Und wir kommen zu den Pistol Squats. Für die Pistol Squats beugst du wieder ein Knie, das andere Bein streck aus und komm nach oben. Setz dich tief zurück und schieb dich hoch. Und schön tief setzen. Und schön tief setzen. Die letzten zehn. Und der letzte. Und komm nach oben. Okay, wir starten mit der anderen Seite. Streck ein Bein wieder aus. Setz dich tief zurück und komm nach oben. Und drück dich hoch. Die Kraft kommt aus deinem Standbein. und komm nach oben. Und komm hoch. Die letzten zehn. Noch fünf mehr. Eins. Und der letzte einer geht noch. Und komm nach oben. Schüttel die Beine aus. Zum Abschluss machen wir noch Sumo Squats. Dafür gehen wir schön weit mit den Beinen auseinander. Die Zehenspitzen dürfen gerne ein bisschen zur Seite schauen. Und auch hier setzen wir uns wieder ganz bequem zurück. Setzen schön tief. Oberkörper aufrecht. Schultern zurücklassen. Schön tief. Weg von den Ohren. Wir wollen keine Verspannungen im Nacken haben. Und noch zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und komm nochmal tief. Wir heben gleichzeitig die Fersen ab. Und bleiben schön tief. Und das Ganze noch zehn Sekunden. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wir kommen nach oben. Schütteln die Beine aus. Und wir stretchen zum Schluss noch kurz unsere Beine. Ich darf jetzt ein Bein zurücknehmen. Lass dich gerne hier am TRX festhalten. Fürs Gleichgewicht. Ansonsten probiere es gerne auch mal ohne. Ein bisschen die Koordination noch üben. Becken schön nach vorne aufrichten. Bauchnabel. Schieb nach innen. Und fühle den Stretch in der Oberschenkelvorderseite. Und wir lösen langsam. Wir wechseln die Seite. Wieder hier schön. Becken nach vorne aufrichten. Bauchnabel zieht nach innen. Und dann darfst du langsam lösen. Wir kommen kurz in die Knie. Atmen tief ein. Atmen aus. Lass uns ganz entspannt in die volle Vorbeuge nach unten fallen. Die Beine sind durchgestreckt. Und wir spüren schön die Dehnung in der Beinrückseite. Bleiben hier noch für einen Moment. Mit der Ausatmung versuchen immer noch ein Stückchen tiefer zu sinken. Und dann richte dich langsam Wirbel für Wirbel auf. Jetzt spanne noch mal kurz die Schultern. Und ich danke euch vielmals fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Freut euch, wie gesagt, auf weitere TRX-Videos. Das nächste Mal kommt wieder eine andere Muskelgruppe dran. Und ja, folgt uns weiterhin auf unserem YouTube-Kanal und auf inisiofitness.ch. Bis zum nächsten Mal.